Gerade die Augenrinne-Behandlung oder Tränen-Furchen-Behandlung als eine der sechs Zonen im Augenbereich, die für ein attraktives und großes Auge dastehen, sind besonders wichtig. Und hier erfolgt eine Augenringe-Behandlung mit Hyaluronsäure. Ich denke, das Ergebnis kann man hier direkt auch sehen. Nach zehn Tagen wird das natürlich noch feiner werden, wenn die Hyaluronsäure sich gesetzt hat. Und mit diesem Ergebnis, denke ich, können wir uns verabschieden.